Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LA Noah. Hier befinden wir uns gerade momentan noch vor dem Haus der, äh, Develop Terrelson, wenn mich nicht alles täuscht, wenn mich, genau, Terrelson. Der, wo die Frau umgebracht wurde, das ist unser Opfer. Und Lars Terrelson ist der Ehemann, den wir in letzter Folge befragt haben und ein bisschen verkackt haben. Ähm, ja. Und unser nächster, unser nächstes Ziel ist die Barron's Bar. Das ist die Bar, die das Mod-Opfer regelmäßig besuchte. Und, äh, ich muss nochmal warnen, äh, ich bin immer noch erkältet, äh, hat sich ein bisschen verschlechtert. Vielleicht, ich hab mir gerade nochmal in der Ladung Rasenspray reingepfeffert, damit ich nicht ganz so, äh, dicht klinge. Äh, hoffe es stört keiner oder ich bitte zum Entschuldigen. Äh, gut, aber das soll jetzt uns keinen Abbruch tun, äh, Kollege, bitte fahr mal. Und dann besuchen wir mal die Bar. Denn wir wollen herausfinden, ob der Mann wirklich ein Alibi hatte. Jetzt in der Mordnacht. Und das hoffen wir, die Antwort in der Bar zu finden. Die er angeblich besucht hat. Mit Bob Ross, glaub ich, war's. Die Barron's Bar, 1.44 Uhr. Haben wir hier nicht am... ...am Anfang gegessen? In so einem Cut? Naja. Na gut, dann, äh, drehen wir mal ein und, äh... Knöpfen's mal. Knöpfen's mal. Knöpfen's mal. Knöpfen's mal. Knöpfen's mal? Phelps und Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. Is this about Teresa Taraldson? Yes, it is. I heard about it on the radio. I was saying, it was that black Dahlia freak again? God damn it. Okay, ähm, wir fragen ihn mal. Letzter Kontakt mit Opfer. Wir schauen uns nochmal die Person an. Äh, ha. Wirkt ziemlich besorgt und sicher in seiner... ...in seinem Auftreten. Äh, wir fragen. Ja, ich nehm ein Bier, das reicht, danke. Letzter Kontakt mit Opfer. Doch, das sagt die Wahrheit. I was worried about her. This is a tasty version. Okay. Äh, Willowlip to Ryan Ice, Manhattan, Gin, Ricky und Teresa. Yellow Cab, 3,5. 3,5. 3,5. Richtig. Können wir super nachverfolgen. Danke, Knöpfen. Ähm, verdächtiger Anschluss. Stimmt, aber ja, dieser Obdachlose angeblich, ne? Gut, äh, ja. Äh, mh. Er ist... Äh. Okay. Ist er sich sicher? Ich, äh... Ich schaue nochmal den Beweisen nach. Wir haben uns aber jetzt keinen Gegenbeweis. Ähm, Handtasche des Opfers. Streichholzbrief aus Berendspa mit Adresse. Schreien. Ne, wir haben keine Beweise. Wir zweifeln mal. An. Oh, Gott. Äh. Äh. Der andere Typ ist Richard Bates. Er sitzt jetzt in der dritte Richtung. Red Polo-Shirt. Doch, das glaube ich eben. Das ist doch die Wahrheit. Ach, oh mein Gott. Drei von drei Fragen. Richtig. Ihhh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Echt schon wieder. Der kleine Drecksack, der sah schon so eklig aus, ey. Ja, ich renne doch schon. Hau ab. Äh, ach so. Ah! Oh scheiße. Ah! Scheiße, bin falsch aufgewogen. Verdammt, ich hab' die verloren. Oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ach da ist er. Oh, ach da ist er. Oh, ach da ist er. Oh, holy moly. Ja, ich, ich versuche nah dran zu kommen. Wir treffen auch Kumpel. Yes. Ach. Ach. Ohohohohoho. Ohohohoho. Okay. Steck aus. Gott, was ist das denn für einer, ey? Richard Bates Holy Moly Okay, wir fragen ihn nach dem Kontakt mit dem Opfer Gott, das wird, äh Oh mein Gott, äh, nein Der lügt Nein Scheiße, scheiße Ähm Buxail Taxi hat laut Bericht, dass Opfer und Menschen mit Leid aufgenommen Ähm Scheiße Okay, das, kam mir nicht an Sorry Mein Fehler Äh, anzweifeln Oh Ich wusste, also Ich hab jetzt erst, oder letzte, eine der letzten Folgen hab ich's glaube ich auch geschnallt, dass man irgendwie mit rechter Maustaste zurückgehen kann und die Anschuldigung fallen lassen kann Gut, dass ich das jetzt auch mal gemerkt hab Super, okay, ähm Bericht über Aufenthalts, Aufenthaltsorte So what happened when you left the bar So what happened when you left the bar Sailor boy laid one on me A cheap shot After that I don't know Äh, jo, wahrscheinlich You've done time, haven't you Richard Is that why you ran I'm on parole On what offense Sexual assault Look, I was lying there on the sidewalk He flags a cab and jumps in with the broad Oh, yes We're taking you in, Bates How come Just for a chat Nice private chat I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate Oh, super, wir haben beide Fragen richtig Hammer High five So, jetzt müssen wir nochmal telefonieren Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber Es läuft ja super momentan, ey Davor die drei Fragen alle richtig So langsam hab ich den Dreh raus Phelps, badge 1247 How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591 Ask dispatch to relay all sightings to car 11K No problem, I'll get on the radio Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar I can check the reports, Detective I have a message for you from Captain Donnelly Message reads James Jessup, US Navy Able Seaman Has information relevant to your case Jessup is currently being detained at Central Station Could be our man Thanks for your help Alles klar Da hab ich grad nochmal einen Schluck Bier genommen zur Feier des Tages Okay, den kann ich kräftigen Schluck nehmen, wenn ich Oder wenn wir den Fall geschafft haben Äh, wir sollen jetzt uns melden als nächsten Ort, ähm Das Zentralrevier Da wartet ein sehr wichtiger Zeuge, glaub ich Meint's jetzt damit, ich hab's nicht ganz verstanden Äh, ups Zurück Äh, Personen Richard Bates, glaub ich Ups, ne, jetzt war der Eben James Jessup, genau, Kontakt mit Opfer Genau, der Vollmatrose Das war genau, er ist die zweite Person Er soll die Person sein Die zweite Person sein, mit der Die Frau gesehen wurde In der Mordnacht Oder ins Taxi gestiegen sein soll Bin ich mal gespannt, was wir aus dem rauskriegen Ob wir da auch alle Fragen richtig haben Zentralrevier, 2.15 Uhr Gut, fein speichern Er ist in der Interview 2 Danke Was machst du von ihm? Ein Säler auf Verlust, wer sieht, wie er in Probleme ist und weiß es Pff, alles klar, das merken wir uns Äh, Verhörraum 2 ist Da Hat's grad an, kann ich wieder eine Typ, wo wir verhört hatten Äh, ne Da ist er Oh Gott Oh, das wird eine Hardenuss James Jessup 24 Jahre jung Und US Navy Vollmatrose Wir fragen eben nach dem Kontakt mit dem Opfer Ihr ging nach Barron's Bar Welche Zeit hast du gekommen? Ich habe einen 24-Hour-Pass Ich habe da rund 7 Uhr Das ist, wo hast du Theresa Tarrelson? Natürlich Wir hatten ein paar Drinks Ja, wahrscheinlich, oder? Ähm Stiefabträger, Wäschereizettel, Auftragsbuch der Wäscherei Gut, jetzt brauche ich natürlich Handtasche des Opfers Wuchsseil Wir zweifeln mal an Dann, äh, der Vorfall mit Bates Haben wir schon mal ein guter Hä? Wie jetzt? Äh, ja, er ist ein creepy guy Wir haben auch schon mit ihm gesprochen Aber da kam nichts bei raus Also schon Aber, äh Also er sagt auf jeden Fall nicht die Wahrheit Das sehen wir, sehen wir ja Äh, anzweifeln oder lüge Bezweifeln noch mal an Sie ist ein schweiziger Beispiel von Chivalry, Jessup Wir halten dich, bis wir das mit dem Fahrzeug entfernen können Ja, mein CEO hat so viel gesagt Kannst du den Mann in zwei in eine Selle und informieren den Kommander? Klar, Detektiv Ich habe ein Messer für dich Ein Zeichen von deinem disfigurten Hobo auf Grand, zwischen Tempel und Sunset Und es sieht, dass der Böe ein Rekord hat, auch Er hat ihn in Verbindung mit zwei Frauen verabschiedet Ah, ne Krass, okay Ja Nimm ihn mit Oh nein, die Musik wieder Ich muss die ganzen Melodien rausschneiden Weil die Copyright drauf ist Ähm, genau Wir haben jetzt, ähm Das Obdachlosenlager, wo wir erst nichts gefunden haben Sollen wir jetzt nochmal untersuchen gehen Dann haben wir den Penner gef... Oder diesen Obdachlosen, Entschuldigung Ähm, nach einer Untersuchung, wo wir mal abgeht Können Sie nach dieser Wenn es derselbe ist, der oben vor der Letztur hat das Bestand Freie Suspension in der Kahn und einer auf dem Hüft Und noch keine schweren Beweise auf irgendwelchen anderen KGPL, Dakar 11K, 11K, komm in 11K, komm in Okay, dann befahren wir ihn auch noch Alles klar, also Sie wurde um halb zwei ermordet So war's, glaub'n Und um 12 Uhr war das Kartenspiel beendet Also er ist natürlich auch noch im Verdacht Aber jetzt schauen wir erstmal hier vorbei Beim Obdachlosenlager 2.28 Jo, was hat der für ein Schrot dabei? Oh Gott Ich glaub, das gibt's Ärger dann Gleich Oh shit, ich wusste es Oh mein Gott Nein, 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 nein Bitte nicht wieder verkacken Hallo, ich bin ausgewächern Ja Ich weiß nicht Ich bin so anscheinend so blöd zum Kämpfen Keine Ahnung Auf jeden Fall funktioniert die linke Maustaste nicht Zum Schlagen Kann sein, dass ich hier wieder kratte Kann ich jetzt nicht überspringen? Nee Hä, der kann doch nicht einfach Die Leute erschießen Hallo Ich komme zum Schlagen Komm Ja, komm, 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 komm Bäm Komm, den haben wir doch jetzt Yes Mit der rechten Oh Gott Ach du lieber Himmel Hä, wir konnten doch nicht einfach die Leute erschießen Was zuhören Okay, alles klar Da fängt's schon an Ja, schönes Blut grapschen Yes Oh ja Na komm, die Kinn Oh ja So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Nee Crystal Ballroom Okay, wir haben glaube ich denn sowas von dran Ähm Oh, hier ist noch eine Zeitung Die Zeitung gucken wir uns aber später gleich an Hier war noch was Incidental Also Ähm Ja, ich glaube, das war's aber Ja, wir fürhören den Kollegen Ja, so schnell wie möglich Ähm, schaut uns noch den Zeitungsbericht an Und dann gibt's einen Einen Kratz Fehlendes Morphium Polizei Gauna führen Drogenkrieg Still working, Jack I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica Hello, Jack Mr. Benson, this is Courtney Sheldon He's a buddy of mine from the war Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories Good evening, Jack Mr. Sheldon Good night, sir Take a seat, Courtney We need your help Jack I told you I would have nothing to do with that I'm fine too, Jack Medical school's going well I got a part-time job Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze So hand it over, walk away What's stopping you? We had a deal with them That they would dole it out slowly They said they would supply abortion clinics and doctors But they've been moving it on to addicts And they can't cope with the purity So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying And that if this gets back to us We'll all end up in jail So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war I can't just wave a magic wand and clean up your mess We want you to negotiate, Jack The only thing these guys understand is force, Sheldon They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch They make their own laws That's the nature of a secret society For God's sake, Courtney, you want to be a doctor How can you fight with that? We are better trained, Jack I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon Okay You can't do this Gut Dann gibt's aber jetzt hier einen kleinen Cut Denn die Folge geht schon wieder 24 Minuten, sehe ich Das ist eigentlich schon wieder viel zu lang Für meine Leitung Aber hey Was macht man nicht alles für seine lieben Zuschauer Genau Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Denn es wird langsam echt spannend hier in dem Fall Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüssi Und dann